so freunde nach dem letzten ja weil das spiel abgestürzt ist spielen wir jetzt weiter wir laden wieder rettungs des schiffs ich hoffe mal die schlacht ist eskaliert separatisten guck mal wie weit ich glaube ich kann es sehen warte mal spielen ich glaube ich kann es sehen ja ein schlachtschiff der handelsföderation nicht mal du siehst bis in den hyperraum sieben nein es liegt am rand des systems schau ja toll das wird eine herausforderung richten sie beim nächsten hangar eine verteidigungsposition ein los ich öffne den zugang zu den wartungstunneln das wird das mal wieder interessant und fast möglich ich glaube wir sind auf uns allein gestellt ich bin berater 0 1 strich 4 2 5 des data geschwaders separatisten wollen unser schiff kapern beseitigen sie die trümmer helden hilfe ist unterwegs ich schicke unsere kordiler acht die droidenträger können jeden moment landen wir können ein paar fallen legen und freie sicht verschaffen sie könnten überall landen also legen wir überall fallen zurück bringen sie dort eine falle an macht die mine jetzt scharf weil erledigen wir endlich wieder jemanden sie ist scharf kommandos erzielen sie eine falle soldat ich nehme die hier ausgezeichnete mal umgebungsmine platziert zünder ist scharf bringen wir hier eine falle an der perfekte platz ich erwarte eine zündende lösung deltas roger platziere sprengsatz 3 8 wollen sie wirklich dass mit der todes sehnsucht mit sprengstoff hantiert nur noch ein paar sekunden sprengsatz ist scharf auf ihr zeichen wir brauchen schwere geschütze data präzisionsschuss vorbereiten data konzentriere mich auf ziel droiden marschieren auf allzeit bereit sah volltreffer sauberer schuss verdammt da ist noch eine er sichert nach hinten ab manöver abbrechen delta bringen sie dort eine falle an vergessen sie die falle kommando ja sa brecher operation am kraftfeld des hangars eine schwachstelle entdeckt der regler auf der linken seite des hangars kontrolliert den energiknuss wenn sie ihn sprengen können sie den energiknuss ah das war dumm räumen wir hier ein bisschen um deltas aufhören kommando roger das wird mal wieder scheiß interessant das ist ja quasi unmöglich weil wir sind zu viert müssen das ganze schiff verteidigen gegen die scheiß skds ich hasse skds ich hasse sie ich war als jedi ist es ja leicht die viecher umzubringen aber als klontrupp okay wir sind schon spezieller ja fickt da hin komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon hoffen die lautstrecke passt aber das werde ich selbst herausfinden das programmieren dauert aber scheiß lang alter ja zurück deltas fertig energiefeld ernsthaft im eimer der drinnen ist abgeriegelt versuchen wir es beim nächsten in der in der karte nicht genug davon das war lustig mag der prozedur einleiten data ich dachte sie würden nie fragen das wird verdammt interessant auch immer speichert er auf m5 nicht deswegen machen wir mal selbst einen speicherstand neu ja 13.06 21 uhr es passt so sorry dafür jetzt jetzt weiter hangar c c c c also die sprengdinger die lassen wir mal die so weit vorne sind falls das ding allein aus können wir das ja in die luft sprengen leider gibt es kein symbol wenn er speichert finde ich bisschen schade die stellung halten so und hier ist gerade das spiel abgeschmiert deswegen nochmal aber ich hoffe das stört euch nicht und wir machen hausbesuch hier platzieren wir noch ein paar überraschungen von hier kriegen wir sie nicht auf der anderen seite des hangars wir brechen auf genau wie im simulator rasta positiv neuer trainer nähert sich ob der speeder noch funktioniert keine ahnung aber das modell ist lebensgefährlich das kann ich doch selbst machen wie viele abschüsse schreibe ich mir vor allen droiden auf so 20 sekunden das dauert kommt mir immer viel länger vor los z diekung deltas Warum sind die eigentlich immer so diese FPS-Lags drinnen, Alter? Droideka-Träger! Er will in die obere Ebene! Ach, Droidekas, Droidekas sind scheiße. Immer dieses Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben im Hintergrund. Tut mir echt leid, dass das Spiel aber abstürzt. In Deckung. Ihr wisst, was das heißt. Wir müssen weiter zum letzten Hangar. Droiden aus dem nächsten Hangar dringen in ihren Sektor vor Beeilung und verschwinden Sie, 3-8. 4-0, Defensiv-Faktor. 3-8! 4-0, Defensiv-Faktor. 5-0, Defensiv-Faktor. 3-8! 3-8! 3-8! 4-0! 5-0, Defensiv-Faktor. 5-0, Defensiv-Faktor. Hoffnungslos unterlegen. Was? Weiß du was? Die kommen zurück. Bereiten wir uns vor. Platzieren Sie eine Falle, Soldat. Platziere Sprengsatz. Hier ist einer. Ist scharf. Platzieren Sie hier einen Sequenzer. Ausgezeichnete Wahl, Sir. Platziere Falle. Falle ist scharf. Locken wir sie an. Sie kommen zurück. Lagebericht? Wir haben hier Ruhe, die Kassendelter. Erwischen, später. Lade nach. 6-2 hat erwischt. Fixer hat erwischt. Ein Ruhiger nur hält nichts aus, Sir. Wer kein Ruhiger eliminiert. Wir wollen jetzt wieder spielen. Stügelboss. Sie fahren schwere Geschütze auf. Delta wurde verwundet. Metallmonster. Unterstütze Delta 4.0. Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. So, Bacta. Ja, tut mir leid, Freunde. Ich rede halt nicht viel. Ist halt ein Shooter. Das geht hier halt Schlag auf Schlag. Ich kann es halt nicht so viel quatschen. 4.0 holt er auch mal. Fixer holt es auch ein Bacta. Ah, Freunde. Positionieren Sie sich hier, Delta. Wir haben hier keine Deckung. Delta Leader, greifen Sie diese Träger nicht direkt an. Keine Heldentaten. Alle Mann in Deckung bleiben. Delta 3er, ziehen Sie sich zur Rückseite des Hangars zurück. Oh, nein. Wir sind nicht getroffen, 3er. Okay, alles klar. Schalten Sie sie von dort aus, Delta. Zurück, ihr tut sie jetzt vor. Warte bereit. Achtung! Valtliche Ruhe, determiniert. Volltreffer. Das war's für heute. Zeigen Sie, was Sie können, Comandante. Rechen Sie Ihrem Tier vor. Wir brechen auf. Propagieren Sie Sie von dort, Destac. Gehe in Position. Wir haben den Leerbogen. Mitarbeitend wieder. Warum gibt es jemanden? Ich bin nicht schön. Sprengt eins. Täter am Boden. Vorsicht vor dem Blaster. Eltern, ich habe etwas gefunden, aber ich kann den Aufzug nicht umprogrammieren. In Ihrer Nähe müsste ein Terminal sein. Becken Sie es und schicken Sie den Aufzug hoch. Oh, Bruder, das war knapp. Nimm das. Oh. Gott sei Dank treffen die nicht so gut. Frisst das. Aufzug ist unterwegs. Warten Sie, bis er da ist. Thermaltesonator. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Ach, Teneri, das ist ein Kampfläufer. Ja, ich würde ja gerne und so, aber irgendwie. Könnte ich den ganzen Tag machen. Richtig, zwei, geht in Position. Mut. Muss nachfahren. Einfach verfliegt. Treffer bestätigt. Ausgezeichnen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's. Angriffsschiff gesichert. Guck, das mich nicht dran erinnert. Was ist das? 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 Was ist das?